Der besondere Jubel der Frankfurter Fußballfans über den Einzug ihrer Mannschaft ins Europa-League-Finale. Darum geht es heute unter anderem auch bei Punkt 12 und um diese Themen. Heiße Posen ohne Hosen. Und das auf der Kirmes. Jetzt wird diskutiert, ob solche freizügigen Bilder weg sollen. Sexistisch oder übertrieben, das sagen die Schausteller. Keine Brille dank Augenlaser. Es klingt verlockend, aber viele haben Angst davor. Wir begleiten eine Frau zur OP und klären alle Fragen zu Kosten und Risiken. Kleiner Picasso. Michael Acker ist erst neun und begeistert mit seinen Bildern. Echte Kunstkenner. Wir begleiten das Naturtalent bei seiner ersten Ausstellung in New York. Hinguckernäge selbst gemacht. Mit Frischhaltefolie. So kann man den Marmor-Look und Rosenquarz-Optik easy auf die Nägel zaubern. Da sind wir ja mal gespannt. All das und vieles mehr gibt es um Punkt 12 und ich freue mich schon sehr auf Sie. Bis gleich.